Ich habe gehört, du kannst ganz passabel boxen, aber sonst hast du nicht so viel drauf. Meinst du, du kannst mich heute hier schlagen, nur weil du ein paar Bälle durch die Gegend werfen kannst? Ja sicher. Also wir fangen an mit Hochsprung, danach steht es 1-0 für mich und dann sehen wir mal weiter, oder? Das werden wir ja sehen. Alles klar. Dann zeige ich dir mal, wie das geht. Das kommt hier. Musik Musik Scheiße Musik 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 Bis zum nächsten Mal.